Hallo und willkommen zurück bei Diablo 4 Beta. So, weiter geht's. Jetzt gehen wir mal raus in die freie Welt. Wollen wir mal gucken, was wir nochmal anstellen können. Ein paar Sachen. Ach ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Natürlich. So, weil ich will mir, glaube ich, diesen einen Wegpunkt da unten holen. Aber, ähm, da steht aber Altafenlin eingenommen, aber ich kann da nicht hin. Der wird noch nicht entdeckt, der Wegpunkt. Also, ich will mal da hin. Was da ist, Stoff 8. Können wir auch mal hingehen. Weil ich hätte schon gern Level 10. Da will ich mal gucken, ob wir uns vielleicht einen Mount holen können. Was ist neu? Unser erstes Mount. Das ist also ein, was ist das? Pyromanischer Alchemist. Alter. Das sind alle sau hoch. Vom Ding her. Sau cool. Ähm. Viele spielen Jäger, habe ich jetzt auch gesehen. Aber viele spielen das, sehr viele spielen, äh, Sorcerer und auch Barbar. Also das ist eigentlich ausgeglichen. Glaube ich. Mal. So. Wir sind jetzt Stufe 8. Und ich hoffe mal, dass das jetzt alles gut, gut funktioniert. haben wir das vielleicht vergessen zu holen. da unten das Wegkreuz. Da liegt noch was. Was ist das? Da ist ein Beißbär. Da kommt es auf. Ah ja. Oh, Leck. Oh, Leck. Hilfe. Okay. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Und, oh ja. Silber als Eisenbogen haben wir bekommen. Ja gut. Das ist schon gut Schaden. Aber ich glaube, die geht auch gut ab. Weg von mir. Weg von mir. Da hin. Ereignisse. Ne. Ich trau mich noch nicht so ganz. Weil es ist... Oh, Leck. Das geilste Effekt bei dem Feuerball ist, dass die noch nachbrennen. Das finde ich ziemlich gut. Alle mal kurz einmal angehittet. Und dann sind die auch schon gleich tot. Und das ist cool. Sorcerer bis dahin. Und... Zack, Junge. Bam. Das ist schon gut. Also Sorcerer... Sorcerer? Das ist glaube ich auch so ausgesprochen, glaube ich. Ähm. Gefällt mir schon ganz gut. Elementarkünstler. 25. Okay. Laufhin richtig. Ja. Ähm. Ja, der muss man aufpassen. Na, da ist noch Gold. Der... Ruft die... Misha. Ja. Alter, Level 17 war es. Geil. Danke. Danke. Danke, dass der mir hilft. Das finde ich cool. Dem laufen wir ein bisschen hinterher jetzt. Ähm. Der kann uns ein bisschen helfen, da. Geht der da hin? Geht der da hin? Geht der da hin? Geht der... Ja, der geht da hin! Oh mein Gott, der geht da hin! Jawohl! Wie geil! Wie geil! Ich versuche das. Ja. Ich versuchthnic. Ja. 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 Oh, leck. Alter. Mal kurz mal heilen. Alter, ist der geil Griff, ey. Kommt ruf, Junge. Oh mein Gott. Sorry für wen ich rede, aber ich muss mich kurz konzentrieren. Alter. Danke, Junge. Danke, Fursten durch. Dankeschön, vielen Dank. Falls ihr es sehen solltet mal, vielen Dank. Ähm. Gibt auch noch einen netten Bube. Hallo. Ah, wie. Bin ich überhaupt. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Sie bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin noch nicht bereit. Ich brauche Zeit, um das zu vorbereiten. Oh, lecker! Oh nein! Okay, ich kann also resetten. So warte mal Freunde, jetzt gucken wir mal ganz kurz was wir bekommen haben. Alter! Also das ist schon heftig, weil die, wenn wir irgendwo gegen auftauchen dann. Gerade eben die Bären. Ja gut, wir können hier unten durchgehen, stimmt ja. Ne, gehen wir unten durch würde ich sagen. Ähm, ja. Aber wie gesagt, danke nochmal an den netten Mensch, der mir hier geholfen hat. Ähm, ich hätte es alleine nicht geschafft. Ich glaube eher schon. Was ist da passiert? Oh! Ich habe ein bisschen Angst. Ähm. Angst. Hä? Das kommt mir bekannt vor. Alter, das ist Kohle. Das ist glaube ich. Oh Gott sei Dank ey. Hm, was ist das? Oh ne der ist schlechter als meiner. Wie sieht das aus? Oh, schönes Krönchen haben wir auf. Hübsch hübsch. Ja, ich meine wir haben schon. Schon ne sexy sexy äh Sorcerer. Gut ähm. Wir machen einfach mal weiter jetzt. Ähm. Was war das? Was war das? Was war das? Was war das? Ah, das war's. Ja, das war's. Was war's. Is das war. Was war's war. Was war's war nicht so? es soll gut dass es hier ja auch andere spieler gibt falls es sein sollte die helfen einem das finde ich gut alter maunt ich will auch maunt ich will auch ein maunt hab ich den noch nicht geholt au verdammt ich hab den noch nicht geholt das ist aber schlecht du verkaufen mein schätzt hier nein was verkaufen kann ich hier nichts verkaufen kann hier nicht okay magdalena ok ok At this rate, I'll freeze before I find the damn thing. Do you help me find the axe? I'll cut you in on the peg. Check the woods or I'm done. I'm staying here where it's safe. Okay. Ah ja, das ist, ah ja, das ist die Kathedrale, die ja dann der Josef abgefackelt hat. Warte mal, lass mal gucken. Da müsste irgendwas sein, okay. Ähm, dann gehen wir mal da rum. Oh, was ist das? Wo ist denn Kohle? Wie viel haben wir denn jetzt überhaupt? Alter, 14.650 Gold. Gut, das ist noch recht wenig Gold, glaub ich. Ähm. Ich hab glaub ich ein Diablo 3, ich glaub eine Milliarde. Ähm. Aber so. Aber das macht ja auch Diablo aus. Ähm. Was sucht denn der Bildnis nach der Axt? Oh. Na guck mal, wo die Axt sein könnte, hm? Freunde. Halt. Weißbeere. Und Siege. Oh, Nick. Was ist jetzt? Was ist jetzt? Was ist jetzt? Oh mein Gott. Ist das hier gefährlich, mein lieber Mann. Gibt's irgendwas Schönes zum holen. Gibt's irgendwas Schönes zum holen. Der hat mehr 6-Spec als ich. Ähm. Ich muss aber zusagen, das ist aber auch keine Kunst. Der ist besser. Als meiner. Ich kann so zwei Stück anscheinend tragen. Aber wahrscheinlich Zauber. Aber ich geh von aus, wahrscheinlich ein Zauberstab. Ja. Bin mal gut. Ich brauche Zeit, um das zu vorbereiten. Da ist es so gut. Nö. Halt. 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 Er hat. Halt. Halt. Ele ist. Entweite Katakombe Ein klüsterner Schlüssel benötigt Okay Aber ich würde ganz gerne trotzdem Erstmal Ich würde trotzdem ganz gerne Erstmal den Schlüssel finden Ach Quatsch die Schlüssel Die Axt Entschuldigung die Axt Ich muss kurz mal konzentrieren Ah Hilfe Oh Leck Komm schnell da Haufen Kohle bekommen Ah Das war die Drehsack, was hat der denn getropft für uns? Oh ja sieht schon cooler aus. So jetzt gehen wir mal zurück zu den kleinen Schätzlein. Die Axt haben wir jetzt wieder. Ich finde es heftig, dass hier echt Respawn ist. Also gut, das ist heftig. Es ist ja eigentlich wie. Hallo, ne Rucksack. Gib mir ein bisschen Kohle hier. Wo ist er? Da. Bitte. Geht hier mal. Okay, haben wir doch gerne. Okay, wir haben ein Fordern. Boah, Nebenquests ey. Boah, lecker. Huhu. Da kommt mal eine Altäre, poliert und zerstört. So wartet mal, Freunde. Das können wir nämlich wieder skillen. So, da haben wir ja voll geskillt. Noch nicht erlernt. Da schlägt brennende Feinde, aber die Kugel mache ich am meisten, gell? Oder machen wir am meisten? So, da haben wir das. Und dann... So, warte mal was das ist. Stufe 9 Dungeon. Aber ich will eigentlich irgendwo anders dahin. Was ist das? Stufe 10 ist das. Stufe 15. Alter, das ist... Boah, leck ist das so eine große Karte an sich. Hier könnte es gar nicht so weiter gehen. Mit DLCs oder so. Gucken wir da mal. Ah. Okay. Ähm... Jetzt mal da hin. Die Frage ist ja... Wie kommen wir... Wir reisen... Ähm... Ich würde sagen, wir reisen... Da hin. Weil von da aus können wir da nämlich dann rüber laufen, glaube ich. Ähm, das wird, glaube ich, einfacher. Ich habe mich gebockt auf den Respawn jetzt die ganze Zeit. Das, äh... Nee, nee. Ähm. Barbaren. Ja, den muss ich auch noch testen. Der muss auch noch getestet werden. Ausgiebig. Aber ich muss sagen, das Zauberer macht bis jetzt, neben dem Jäger, am meisten Fun. Tag dir... Tag dir, Bube. Hm. Ich habe auch einen Haufen Sachen zu verkaufen. Warte mal. Magischer Abschaums-Sauber. Du brauchst eine propere Weckung. Okay. Dann machen wir das immer weg alles hier. 18.000, fast 19.000 Gold. Haben wir jetzt. Aber reparieren muss ich glaube ich schon nichts, oder? Lass mal sehen. Nö. 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 Muss nichts reparieren. Gehen wir weiter. Ne, halt. Eins höher müssen wir doch. Was? Euer Stadtportal? Okay. Ich kann hier nicht ab, was wird da hinreißen. Okay, Freunde. Ähm. Level ab. Okay. Das machen wir mal. Wird gar nicht testen. Ach ne, das machen wir nicht. Ähm. Lieber da noch etwas, würde ich sagen. Alter, ja, Mana. Ja, ich muss mich auch ein bisschen schlauer machen mit den ganzen Skillungen. Ähm. So. Alter. 었습니다私 accessed all myshots. Okay, ich muss fertig sein, ne Да. Alter zu müssen ни an trees. Like three toman Mestってる. Ja. tai hat hat… Ich mache keine Sorgen. Ich bin bereit w target, jetzt. Sicher zu motiviert. Oh wir sind das wirklich. und sie sich selbst wiederalte zu sehen. Alter. Alter. Boah, leck. Was soll denn das, Mensch? Boah, leck. Oh. Tagebuch eines Pilgers. Riesta Mudway meint, ich sei bereit. Ich werde Margrave bei Sonnenaufgang verlassen, die Reise wird lang, doch mein Glaube ist endlos Licht. Gewähre mir sicheres Gleit zum Kloster, damit ich in seinen heiligen Hallen deine Gnade kennenlernen. Nein, 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 so blöd sind wir ja auch nicht, ne, da gehe ich jetzt nicht hin, ich bin alleine, meistens sind die ziemlich stark die Sachen da, ich habe momentan kein Interesse drauf zu gehen nochmal, bin schon mal drauf gegangen. Nein, 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 nein. Überragendes Leder. So. 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 Was sind wir denn jetzt gelandet, Freunde? Gold-Goblin! Oh mein Goooooooood! So, was haben wir da bekommen? Alles schlechter als meins. Ah ne! Nein! Das ist eine Rüstung. Das ist nicht schlechter als meins gewesen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Goooooooood! Okay, das ist schlechter als meine. Hm. Den behalten wir mal. Jetzt gehen wir mal ins aufgewühlte Grab. Den behalten wir mal. Ich muss mir noch ein bisschen was angucken, aber ein bisschen eh im Leveln. Und da ist das ja nicht so schlimm. Ich bin noch nicht bereit. Ich bin noch nicht bereit. Ich bin noch bereit. Ja, wo ist das hier die Kohle? Hä? Wie war's das? Okay, ich dachte es wäre schwerer. Oh, schwieriger. Das ist schon eine geile Landschaft. Oh! 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 Alter, denkst du an nichts böses. Das brennt jetzt. Ok. Ah, das ist ein Side-Quest Ja, Freunde Ich mag immer gern Side-Quests Ja, Freunde Ja, Freunde Hm Nice Tag Hm Sind die tot? Die Leute da hängen? Hm Die reinigende Flamme Das ist klar Es ist unsere Struggle, sie zu behalten Wenn nur nur Das ist die Das ist die 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 Alter Das hängt dann und dann kann man nichts mehr machen und äh Ja So, Wegpunkt freigeschaltet Einmal kurz ein bisschen Ähm Alter So viel Side-Quests Oh Mensch Kann ich euch helfen Ja 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 Ich glaube Ich glaube Meine Mutter Soliana war dort Aber Ja 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 Geil, wenn es mal einen Film gäbe von Diablo In die Spur Oh Gott Als Leibwache Als Leibwache? Uh, ich mach das auch ohne Leibwache Hm We should ask around town Maybe He came back on his own Mach nur langsam, my boo Mach langsam Ähm Lass mich hier ein bisschen was einsammeln So, warte mal Ähm Flammentod Was ist das? Was ist das? Mächtig ab Wenn jemand Fähigkeit birgt Die keine Grundfähigkeit ist Dann halt ich rein Widerstand gegen alles schaden Okay Aber Wir brauchen mehr Mana Ich will mehr Mana Ich will mehr Mana haben Da fühle ich mich Bisschen sicherer Ähm Elende Krone Safe journey Ne, warte mal Vergleichen Das ist unsere So Wir haben aber Was ist das? Intelligenz Wäre Eigentlich Ne, Intelligenz Haben wir momentan drauf Äh Int ist besser für uns Aber Wir verkaufen ein paar Sachen Gut Was hast du denn Das heben wir mal auf Das bin ich mir noch unsicher Das ist hier oben Ah der Stallmeister Ja Wir müssen also erstmal Mh Warte mal Da steht Schreitet in der Kampagne voran Und schließt Reittier Donuts gefallen ab Um Zugang zu Reittieren zu erhalten Okay Ähm Ja Da würde ich sagen Ja Dann müssen wir halt erstmal diese Quest machen Aber Was ist das Was ist das andere für eine Quest Wo wir hier haben Okay Wir haben bald schon wieder Belohnungen bekommen Das ist schon mal gut Okay Da sind wir gerade Okay Gut Freunde Da würde ich sagen Ähm Sehen wir's beim nächsten Mal Oder der nächsten Folge Vielen Dank fürs Zuschauen Und bis denne Ciao Bis zum nächsten Mal